Einen wundervollen guten Tag zusammen und willkommen zurück. Heute wollen wir mit einem Bot anfangen, der jetzt tatsächlich mal durch die Reaktion, die wir auf eine Nachricht geben, Rollen verteilt und das ist super cool. So, wir müssen dazu unseren Channel ein kleines bisschen aufsetzen und wir verteilen diese Rolle hier mal wieder. Achso, ja richtig, ich habe den falschen Bot gestartet, beziehungsweise den noch überhaupt nicht beendet und wir wollen diese Rolle natürlich weckern. So, und jetzt legen wir erstmal einige Rollen an, okay? Wir sagen, diese Rolle ist zum Beispiel Python und wir speichern und das sind jetzt zum Beispiel alle Entwickler, die an Python interessiert sind. Wir haben dann noch eine neue Rolle, die nennen wir zum Beispiel Kotlin, findet ihr auch unter meinen Tutorials, da könnt ihr dann einfach quasi Kotlin lernen, ja? Und alle Leute, die an Kotlin interessiert sind, können dann über die Rolle Kotlin angepingt werden, okay? Also man kann Rollen auch anpingen. Zum Beispiel nehme ich jetzt hier sage, add Kotlin zum Beispiel. Natürlich hat noch niemand diese Rolle, das heißt, das funktioniert leider nicht, aber rein theoretisch ist es möglich, Rollen einfach anzupingen und ja, dadurch kann ich natürlich das so machen. Achso, man muss natürlich hier auch den Haken setzen, das ist vielleicht auch nicht so uninteressant. Also, solche Dinge kann man eben mit Rollen machen. So, jetzt müsste ich die Menschen können, da, add Kotlin, einfach so, ähm, naja, erreichbar oder add Python, funktioniert auch wunderbar, nur dass eben noch niemand diese Rolle hat. So, und jetzt kann sich einfach jeder diese Rolle geben, wenn er das möchte, okay? Das heißt, er kann auf etwas reagieren sozusagen und dann kann er zum Beispiel einzelne Channels lesen, er kann markiert werden und so weiter und so fort. Das ist dann quasi einfach alles Aufsetzen des Servers, also ihr könnt zum Beispiel hier Kanäle verändern und zum Beispiel sagen, hey, da darf nur jeder rein, der eben Python hat, ja? Und dann kann eben nur jeder lesen, der hier Python als Rolle hat, okay? Also solche Sachen kann man zum Beispiel sagen. Das machen wir hier nicht, wie gesagt, das ist eigentlich auch nicht so, wo man ein Tutorial für braucht. Das Eigentliche, was wir machen wollen, ist den Bot schreiben, der, wie gesagt, Reaktionen entgegen nimmt und dann Rollen verteilt. Und, ähm, das macht man normalerweise in einem Welcome-Channel. Welcome, so. Okay, und wir nehmen natürlich diesen Welcome-Channel und schieben ihn nach oben und hier in diesem Channel rein, da lassen wir jetzt unseren Bot was schreiben. So, jetzt müssen wir natürlich zunächst einmal in diesem OnReady tatsächlich den Channel auslesen, okay? Das heißt, wir sagen, wir nehmen uns jetzt hier mal ganz kurz eine kleine Hilfsmethode, damit wir die Channel-ID auslesen können. Das ist einfach einfacher, ja? Ähm, OnMessage. Und dann haben wir hier eben die Message. So, und dann printen wir hier die Channel-ID aus. So, ähm, Quatsch. Message.Channel und das Ganze natürlich als String verpackt. So, wir starten jetzt mal ganz kurz unseren, achso, ja, den habe ich noch nicht eingerichtet hier. Unseren, ähm, Reaction-Roll-Bot. Okay, los geht's und er ist drinnen. Wunderbar. So, und jetzt nehmen wir natürlich uns diesen Welcome-Channel und schreiben hier eine Test-Nachricht rein. Haben dann offensichtlich in unserem Bot hier, ähm, nur den Namen des Channels. Okay, wir wollen natürlich die Channel-ID haben. Das heißt, wir müssen ganz kurz neu starten. Sorry, hab ich vergessen. So, wunderbar. Test und wir bekommen die Channel-ID. So, das ist die Channel-ID für unseren Server. Und ihr wisst, was wir jetzt damit machen wollen. Wir gehen nämlich hier oben jetzt hin und sagen, ja, hey, dann können wir uns aber auch den Welcome-Channel, Welcome-Channel einfach so holen. Und zwar machen wir hier oben einfach die, ähm, ja, machen wir hier oben einfach mal die Welcome-Channel-ID rein. Ist gleich, so, die da hier, ja. Und dann sagen wir hier, okay, client.get-Channel einfach über die Welcome-Channel-ID und schon haben wir ihn. So, und jetzt können wir hier nämlich hergehen und sagen, await, ähm, Welcome-Channel.send, hello to this, this, wir machen es auf Deutsch. Hallo auf diesem Discord-Server. Bitte reagiere mit, so, und jetzt müssen wir uns Emojis raussuchen. Ähm, lasst uns das mal kurz im Channel selber tun. Wir haben hier eine Schlange, das ist wunderbar. Das ist die erste Schlange, die müssen wir dann natürlich am Ende kopieren können. Ähm, und dann haben wir noch Java. Was nehmen wir für Java? Ähm, nehmen, ah, nee, halt, wir haben Kotlin, ne? Ähm, Kotlin, Kotlin, ja, kann man vielleicht mal die Poop nehmen. Okay, nehmen wir die zwei. Ähm, ist völlig egal, das sind nur Beispiele, ihr könnt natürlich andere nehmen. Ähm, okay, bitte reagiere mit, ah, okay. Ansonsten einfach mal kurz danach googeln, was für Zeichen ihr braucht. Mein Browser kann leider die Schlange nicht richtig darstellen. Ähm, ist nun mal so, ne? Kann man nicht, kann man nichts machen, aber, ähm, ich kann sie trotzdem kopieren. In Python kann ich sie auch nicht darstellen, okay. Okay, ich hab das mal soweit fertig gemacht. Ähm, einmal eben die Schlange für Python und einmal den Scheißhaufen für Kotlin. Ähm, wobei Kotlin keine schlechte Sprache ist. Ja, versteht mich da nicht falsch. Das ist einfach nur ein kleiner Scherz gewesen. So, und jetzt machen wir hier, das brauchen wir eigentlich gar nicht mehr hier. Jetzt nehmen wir das Ding und sagen, okay, wir wollen jetzt ein OnReactionAd haben, okay. Das heißt, wir wollen hier, ähm, die Reaktion haben und den User, der die Reaktion ausführt. Und anschließend wollen wir quasi da drauf irgendwie reagieren. So, und das ist eigentlich relativ simpel. Ähm, jetzt können wir nämlich einfach hergehen und können sagen, ja gut, User. Ähm, der kriegt... Achso, und lasst uns den Bot mal wieder hier beenden, so lange. Ähm, das sauber machen. So, und jetzt wissen wir ja, dass wir in Reaction.Emoji das jeweilige Emoji bekommen, okay. Also, wenn wir das Ganze in String konvertieren, kriegen wir das Ganze als Unicode Emoji. Das heißt, ich kann hier einfach kurz drüber switchen, was für Reaktion ich erwarte. Das heißt, wenn der String vom Emoji gleichgleich dieser Schlange ist, die ich nicht mal in meinem Code darstellen kann, wenn das gleich ist, dann möchte ich hier bitte meinem User.addRolls, naja, dann möchte ich ihm natürlich meine, ähm, Python-Rolle zu senden, sozusagen. Und da sage ich einfach, Python ist gleich, ähm, Discord, beziehungsweise erstmal, ähm, Discord.utils.get, selbstverständlich. Und dann, ähm, User.guild.rolls. Und dann möchte ich natürlich hier filtern nach dem Namen von der Rolle. Und die Rolle soll natürlich, oder heißt natürlich Python, okay. So, und dann habe ich noch die zweite Rolle, das ist die Kotlin-Rolle, okay. Ähm, nein, ich meine natürlich Kotlin-Rolle. Utils, ich habe es heute nicht mehr so mit Rechtschreibung, es tut mir leid. Es ist spät geworden, ich war den ganzen Tag dran, ähm, aber ich glaube, es ist ganz cool geworden. So, guild.rolls. Und hier ist natürlich der Name gleich Kotlin, okay. So können wir die zwei Rollen quasi uns holen. Und wenn man mit der Schlange reagiert, dann adden wir einfach diese Rolle. Und ansonsten, wenn man mit der, äh, mit dem Emoji gleich, gleich. So, und das hat leider auch wieder was mit Copy-Paste zu tun. Ähm, den Kackhaufen hier. Der kann sogar dargestellt werden. Das finde ich immer noch super süß, dass man den darstellen kann. User.addrolls. Ähm, Kotlin, selbstverständlich. Cool. Ja, und das ist eigentlich auch schon, das ist quasi eine sehr billige Variante, weil wir einfach den Welcome-Channel festgelegt haben. So, ihr könnt natürlich auch, ähm, aus allen Channeln sozusagen rauslesen, ähm, was man da, oder was es für Channels gibt. Das geht natürlich auch genauso über, ähm, die Guild wieder mal. Ähm, vielleicht könnte ich noch ein bisschen was zur Guild machen. Ähm, das schaue ich mal. Aber, ja, lasst mir erstmal gerne Feedback da und so weiter. Wir probieren uns jetzt natürlich erstmal hier an dem Reaction-Bot aus. So, wir starten den. Ach so, und selbstverständlich müssen wir hier natürlich, also die Nachricht ist schon mal da. Ja, die hier sollten natürlich eigentlich nicht da sein. Die muss ich wieder löschen. Hier, löschen und löschen. So. Okay, und jetzt kann ich hier einfach quasi, also ihr könnt übrigens auch natürlich im Channel einstellen, dass niemand reinschreiben darf, ja. Das heißt, man kann hier zum Beispiel Send Messages einfach auf, äh, verboten setzen. Das heißt, ich kann hier nicht reinpasten. Ich bin Admin, ich darf es trotzdem, aber sonst darf hier niemand irgendwas reinschreiben. Ähm, was sinnvoll ist, denn das hier soll natürlich ganz oben sein. So, jetzt gehen wir nochmal ganz kurz hier in die Server-Settings, gucken mich an und sehen, ich habe die Rolle Admin, okay. Jetzt reagiere ich mit dem Kackhaufen und jetzt gehe ich nochmal in meinen Server-Settings auf die Members und sehe, äh, dass ich ein dummes Stück Scheiße bin. Ähm, deswegen habe ich auch den Kackhaufen natürlich gemacht, weil ich vergessen habe zu Awaiten. Ich bin, ich bin nicht unbedingt der Cleverste manchmal, aber gut, ihr wisst, was zu tun ist. Das war natürlich alles ein Test, das sollte so sein, ähm, muss so sein natürlich, damit ihr auch denkt, ja. Ich will ja natürlich euer Brain fördern und das hier muss auch wieder weg. So, das ist natürlich ein Nachteil. Ihr könnt auch gerne noch einfügen, dass der Bot einfach überprüft, ob diese Nachricht schon da ist. Und wir reagieren mit dem Kackhaufen, wir gehen in die Server-Settings, wir gucken mal nach und wir sehen, ich habe die Kotlin-Rolle bekommen. Wunderbar, ich kann mir jetzt natürlich auch die Kotlin-Rolle wieder entfernen. Ähm, ich kann aber auch einfach das Ding hier wieder rausmachen. Ihr könnt auch machen, dass wenn man wieder, wenn man die Reaktion wieder entfernt, dass man die Rolle wieder abgenommen bekommt. Okay, das könnt ihr alles selber programmieren, das ist sozusagen eure Übung. Und ja, so könnt ihr mit dem, ähm, mit dem kleinen Bot hier schon echt viel für euren Server tun, indem ihr einfach automatisch irgendwelche Rollen reinbringt. Ja, auf jeden Fall eine coole Sache, ähm, und wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen, bitte lasst mir gerne Feedback da oder sowas. Und, ähm, ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.